Ihr habt einen wundervollen Hip-Hop-Moment kreiert 2017 und zwar euer gemeinsames Album Royal Bunker. Das kommt morgen raus. Seid ihr damit eigentlich noch so ein bisschen, seid ihr noch nervös, wenn irgendwie Alben rauskommen? Oder seid ihr da schon mittlerweile auch so lässig, dass ihr denkt, ja easy, komm morgen raus. Diesmal ist schon was Besonderes. Ich blicke da voll freudiger Erwartung, blicke ich da auf die Resonanzen auf jeden Fall. Weil wenn man jetzt so bei Solo-Album ist, ist es nicht mehr so krass. Es ist natürlich schön, es ist ja auch irgendwie eine Belohnung dann vielleicht zu lesen, dass die Leute sagen, es ist sehr gelungen und sehr geil. Aber das ist jetzt nochmal ein völlig anderes Projekt. Es ist ja wie eine ganz neue Band. Habt ihr selber auch irgendwie hohe Erwartungen? Was bedeutet hohe Erwartungen? In welcher Hinsicht? In jeglicher Hinsicht. Also die Eins ist drin. Die Eins wäre theoretisch drin. Wir haben zwar auch starke Konkurrenz, aber es könnte auch eine Eins in den Charts werden. Okay, jetzt steht schon ein bisschen, also ihr habt letztes Jahr im November wart ihr in L.A. zum Aufnehmen und der ganze Prozess hat ja jetzt doch ein gutes Jahr dann irgendwie auch gedauert. Fällt es euch schwer, die Klappe zu halten und keinem was davon zu erzählen? Ich kenne ja sowieso keine Menschen. Okay. Ich kenne niemanden. Meinen engsten Freundeskreis, denen habe ich das natürlich erzählt, die haben die Mucke auch gehört und ich habe auch gerne Feedback von denen. Aber ansonsten kenne ich ja niemanden, dem ich das erzählen könnte. Wie ist das bei dir? Mir fiel es schon ein bisschen schwerer, weil Siggi hatte ja schon gebucht und dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Und im Endeffekt war es dann so, dass er gepostet hat aus L.A. und ich habe nicht gepostet. Und es war schon ein bisschen nervig. Ich musste dann auch gucken, wenn ich dann mal ein Grußvideo oder irgendwas aufgenommen habe, war dann immer so, welchen Hintergrund wähle ich. Also das war schon so, ich musste ein bisschen auf Top-Secret-Agent machen. Okay, wie hast du das mit dem Hintergrund am besten gelöst? Versucht irgendwas Neutrales zu finden. Aber manche Leute waren auch ganz schön pfiffig. Die haben dann zum Beispiel bei Videos, die er gemacht hat, haben sie dann meine Pfeife, ich habe damals Shisha geraucht und ich hatte meine Pfeife mit, haben sie die Pfeife im Hintergrund entdeckt und meinten so, hey, da stimmt doch irgendwas nicht. Sie geraucht gar nicht und die Pfeife, das ist doch saueres Pfeife. Also da gab es schon ein paar spitzwindige Leute, ein paar Spione und Agenten. Aber so bleibt es spannend immerhin. Aber die haben wir alle ermorden lassen, damit nichts erzählt. Sehr schön. Das Album ist so ein bisschen eine Hommage an die alte Zeit in Anführungszeichen. Nur der Name. Nur der Name? Ja. Okay, Royal Bunker heißt das Ganze und Royal Bunker ist auch eine Ehe oder war eine Kneipe in Kreuzberg. Könnt ihr da nochmal ein bisschen was zu erzählen? Was ist Royal Bunker genau? Das war ein Freestyle-Café, ein Rap-Café sozusagen. Das fand jeden Sonntag um 19 Uhr statt und der Laden hieß selber schon Royal Bunker. Das war so ein ganz suspekter Ort. Man wusste auch nicht richtig, was da passiert. Das war auch richtig stinkig und dreckig und da hinten gab es halt einen Raum mit so einer ganz kleinen DJ-Kanzel. Und da haben wir uns sonntags getroffen und haben halt performt, haben uns gegenseitig unsere neuen Texte präsentiert, unsere Songs. Und da hat man sich auch kennengelernt. Prinz Pi war da, Siggi war da, B-Tide war da, M.O.R. war da, ich war da. Die Frauenart hier, die Atzen. Genau, die Atzen. Also es war verrückt. Wir waren zwar nur 20 Leute, aber von den 20 sind dann auch irgendwie 10, 15 sind dann auch relativ erfolgreich gewesen. Krass. Vor allem, ich finde es immer interessant zu gucken, wie dann die Verbündungen vielleicht auch damals schon waren und wie jeder einzelne dann jetzt so seinen Weg geht oder gegangen ist bisher. Wie war Hip-Hop zu der Zeit, als ihr angefangen habt, auch selber damit aktiv zu werden und Musik zu machen? Könnt ihr die Zeit ein bisschen beschreiben, das Gefühl? Wie war das? Also Hip-Hop war sehr, sehr klein. Gab es kaum. Also sagen wir mal, in ganz Berlin gab es vielleicht 30 Leute, die selber Hip-Hop-Musik gemacht haben. Dementsprechend wenig Hörer gab es dafür auch nur. Also es gab auch keine Klientel für Hip-Hop. Und immer, wenn wir Mucke gemacht haben, haben wir nicht damit gerechnet, dass wir jemals eine Platte verkaufen werden oder sowas. Das war ein Traum, mal eine Platte zu haben. Es war einfach nur so für die Gegend, in der man lebte. Man hat sich so Tapes überspielt. Ich kannte viele Songs von Savas unreleased, die wahrscheinlich nie jemand kennen wird, die nur in Berlin von Tape zu Tape gegangen sind, bevor Savas jemals eine Platte rausgebracht hat. Also so ungefähr war Hip-Hop. Und man ist dann so auf Jams gefahren, in andere Städte vielleicht noch mit dem Zug rumgetingelt. Und da waren dann so 200 Leute hier in Saarbrücken in der Garage oder sowas. Wenn überhaupt. Im kleinen Club, damit stimmt auch. Ja, es war eine absolute Subkultur, kann man sagen. Und das war auch gar nicht so, dass man unbedingt der Coolste war, wenn man jetzt ein Rapper war. Heutzutage ist es ja so, wenn du ein Rapper bist, ein bisschen Aufmerksamkeit, dann alle fahren auf dich ab. Aber damals waren die Coolen andere Leute. Ja, vor allem irgendwie vom Gefühl her wurde Deutschrap ja auch immer sehr belächelt. Ja. Hatte ich das Gefühl so nach dem Motto, ja, ja, macht ihr mal irgendwie. Ja, anfänglich schon. Und mittlerweile hat sich das Blatt ja so ein bisschen, also ein bisschen, hat sich ja komplett gewandelt, oder? Jetzt sind wir die Kings. Also man kann schon davon ausgehen, dass, wenn man sich so die Charts und alle Streamingportale, Charts anguckt und so weiter, dass Hip-Hop schon die Nummer eins Musikrichtung ist mittlerweile in Deutschland. Auch gerade Deutschrap. Ja. Sie können es nicht mehr wegdiskutieren. No way. Royal, ah, das hatte ich schon. Genau, vom Sound her, ich habe das irgendwo gelesen, da stand, ihr habt versucht, alten Sounds zu reproduzieren. Nee. Nicht? Nee. Absolut nicht. Wo habe ich das? Eben nicht, da müsst ihr einen nicht, wir haben eben nicht versucht, alten Sounds zu reproduzieren. Nicht mal im Ansatz. Sondern wie seid ihr musikalisch an das Ganze rangegangen? Wir sind bei unseren Leisten geblieben. Wir suchen Beats, die wir persönlich mögen. Nichts Neues, Modernes, Zu-Modernes, also so Trap oder sowas, das ist gar nicht unser Film. Es ist klassisch mit modernen Sounds, so würde ich das immer beschreiben. Ja, und dann haben wir eben dementsprechend die Beats gesucht. Wir haben eben jeder einen Produzenten mit ins Team geholt. Aus meinem Team habe ich Desi mitgenommen und er hat Smooth mitgenommen. Und die sind eben klassische Produzenten beide, aber auch am Zahn der Zeit, was die Sounds angeht und so weiter. Also es klingt schon alles modern, aber so vom Tempo und von der Geschwindigkeit und vom Gefühl ist es doch eher klassisch. Okay, habt ihr denen das quasi komplett überlassen oder seid ihr auch schon hingegangen und habt gesagt, okay, ich hätte gerne was, was so ein bisschen in die Richtung geht oder versuch es mal, weiß ich nicht, vom Sound her so und so. Die hatten ja schon jeder so ein Portfolio mit. Also wir sind da hingegangen und hatten schon endlos viele Beats. Und zum Beispiel Smooth hat in der Zeit, glaube ich, nochmal 40 Beats gemacht. Oder der hat bestimmt jeden Tag ein, zwei Dinger präsentiert. Und wir haben aus dem, was da war, wird mehr als genug, um daraus was zu picken. Okay. Was für Unterschiede sind euch aufgefallen, wenn man ein Album alleine macht und dann auf einmal ein Collabo-Album, also mit jemand anderem zusammen? Naja, es ist ja nicht irgendjemand. Es ist jemand auch, in beiden Fällen ist es jemand, mit dem man zusammenarbeitet, der 20 Jahre lang sich einen Stil zurecht gesucht hat, wie er am besten arbeitet. Das ist nicht irgendein Newcomer oder so, der sich am besten an dich hält, an deiner Arbeitsweise und von dir lernt, sondern wir wissen, haben beide seit 20 Jahren uns eine Arbeitsweise angeeignet. Und euch gegenseitig ja auch irgendwie immer so mitverfolgt. Natürlich. Und da musste man schon irgendwie aufeinander zukommen. Also ich setze mich gerne früh hin um 10 Uhr, so sehr strukturiert setze ich mich hin um 10 Uhr, fange an zu schreiben, auch wenn ich keine Idee habe, aber die Ideen kommen beim Schreiben. Und Savas wartet eben, bis ihn die Muse küsst. Also der braucht so einen Moment, so der Magic und dann fängt er an zu schreiben. Also ja, das sind zwei verschiedene, wir kommen beide trotzdem auf den Punkt, jeder auf seine Art und Weise. Und da muss man natürlich aufeinander zugehen und jeden auch sein Ding machen lassen. Okay. Habt ihr persönlich einen Lieblingssong auf dem Album? Ja, aber jeder einen anderen. Was ist dein Lieblingssong? Das ändert sich bei mir auch. Okay. Das ändert sich bei mir auch immer wieder. Im Moment ist es Hall of Fame. Das findet Savas auch so gut. Finde ich, ist auch einer meiner drei Lieblingssongs, ja. Okay, worum geht's? Könnt ihr das kurz beschreiben? Hall of Fame ist eigentlich ein Rap-Lied, in dem wir aber nochmal klar machen, dass wir unseren Namen jetzt, also wir haben schon viele Trophäen, Orden auf dem Regal stehen und jetzt werden wir unseren Namen in die Hall of Fame gravieren. Nicht nur rein draufschreiben, sondern wir gravieren sie in die Hall of Fame. Wir hauen halt auf die Kacke auch, ne, textlich dort, also wir, ja, wir pöbeln ein bisschen rum, wir machen schon gut Welle auf jeden Fall auf dem Song. Der ist sehr dreist auf jeden Fall, frech. Okay. Frech. Was meinst du, oder ist dir was aufgefallen, was sind Sidos Lieblingswörter beim Rappen, ist dir das beim Schreiben irgendwie aufgefallen? Das ist eine gute Frage, hat noch keiner gefragt. Was sind seine Lieblingsworte? Also was auf jeden Fall ein Unterschied ist, ist, dass er Berliner Akzent benutzt und auch Berliner Slangworte, sowas wie dit und so. Das benutze ich zum Beispiel überhaupt nicht, aber was sind seine Lieblingsworte? Ich weiß nicht, aber hast du überhaupt ein Lieblingswort beim Schreiben? Nee. Ich versuche auch nicht immer dieselben Worte zu benutzen, nicht so Slang und so weiter, sondern ich versuche so deutlich wie möglich auch alles immer zu machen und Slang zu vermeiden. Worte, die nicht jeder versteht, die vermeide ich gerne. Okay. Und umgekehrt, ist dir das bei Savas irgendwie aufgefallen? Nee, aber ich, so rein phonetisch hat er schon seine Eigenheiten, ne, ein sehr deutliches Ich oder Nichts, das ist sehr, sehr deutlich bei ihm, so phonetisch hat er so seine Eigenheiten. Wir haben schon oft Dicker gesagt auf dem Album. Ja stimmt, Dicker gesagt. Das finde ich so cool. Oder dieses Alter. Wie sprecht ihr das aus? Alter, Alter, Alter. Aber ihr habt gesagt, Alter, und dann nach dem Tee ist, als wäre da nochmal eine kurze Pause. Wisst ihr, was ich meine? Nee, nee. Alter. 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 Das ist schier. Das ist mit dir, Alter. Alter. Komm, klar auf dein Leben, Alter. Du musst noch üben. Okay. Normale Leute, auch ein Song auf dem Album. Materia ist mit dabei als Feature-Gast. Seid ihr beide auf ihn gekommen oder habt ihr groß drüber nachdenken müssen, wen nehmen wir da jetzt mit auf? Wir haben uns überlegt, also Features, machen wir Features? Machen wir überhaupt Features? Ja, wenn wir Features machen, dann machen wir auf jeden Fall Leute, mit denen man nicht rechnet auf dem Album. Also keiner, der aus unseren Camps ist, aus den jeweiligen Camps oder so jemand anderen. Und die Liste war nicht besonders lang, aber einer der Namen war Materia. Und zum Glück ist er eben so ein cooler Dude und man kennt sich eben auch aus Berlin und so. Wir haben ihn gefragt, hast du Bock? Und er hat gesagt, ja. Dann haben wir gedacht, wir treffen uns vielleicht irgendwann mal in Berlin, wenn wir alle in Berlin sind. Aber nächsten Tag war schon seine Strophe in meinem Postkasten. Also so unkompliziert ist der junge Mann. Ist es dann auch so, dass ihr quasi ein Thema grob habt, dass ihr sagt, okay, im Song spricht er für sich. Normale Leute geht es da und darum. Und schreibt man was dazu? Oder ist es komplett frei, dass dann auch ein Feature-Gast seine Texte schreibt? Wir hatten den Song schon fertig. Also der Song war so weit fertig und da haben wir gedacht, da wäre ein Feature jetzt geil. Und Materia war einfach von dem Beat her so weit weg von seinem eigenen Zeug, dass wir gedacht haben, das wäre geil, wenn er da raufkommt. Krass. Passt gut. Zum Schluss noch, was steht jetzt demnächst noch bei euch an? Außer, also nach der ganzen Promophase? Im Dezember fangen wir an zu proben für die Tour. Das ist so das nächste große Ding. Und ja, da wollen wir die bestmögliche Show auf die Beine stellen. Wir haben so zehn Dates ungefähr in Deutschland und dann kommen dann im Sommer wahrscheinlich dann auch noch die Festivals dazu. Aber da hauen wir gut auf die Kacke. Also wenn ihr vorbeikommen wollt, wir sind zwar nicht im Saarland, aber dann nehmt doch mal eine Reise in Kauf. Stuttgart. Stuttgart, warum nicht? Stuttgart, München. Aber Stuttgart ist fast ausverkauft. Da sollte man sich beeilen. Spielt ihr in Köln? Ja, in Köln spielen wir. Da ist schon eine Zusatzshow. Aber Zusatzshow sind noch so ein bisschen so 2500 Tickets gibt es vielleicht noch für Köln. Beeil. Beeilung. Schnell. Wunderbar. Ich danke euch für eure Zeit.